Das ist nämlich das Wichtigste. Erstmal die Flugdecks zu vernichten. So ist es nämlich schon besser. So sind unsere Dinger nicht kaputt. Unsere Basis ist schon am Anfang direkt. Flugfeld zerstört. Gut, und jetzt zerbomb schonmal alles andere. Naja, ich hab ja das Enemig. Naja, kannst du ja scouten und... Naja. Denkst du, wozu ich das Ding hab eigentlich nur? Ah genau, ich wollt Bullfox bauen. Ne, Trimblades blauen. Blauen, Alter. Blauen, ja. Ja, blaue.de. Ich mach da noch die einen da hinten blatt. Ich bau mal 10 Stück. Jo. Hm. Was könnte ich mal jetzt bauen? Ah, für die Einheiten dann da drüben baue ich mir schon mal U-Boote. Ja. Ja, weil der hat ja auch einige U. Ey, wir müssen so schnellst wie möglich seine Marine werfen, aber da hat der eine gute Verteidigung. Warte mal. Ich zieh mal kurz ein Boot von da ab. Ich hab nämlich jetzt ne Idee. Ist der Baum schon mal die andere Basis? Ja. Ich kann das nehmen... Ich kann doch... Man kann doch so machen, dass das... Warte mal. Weil du kannst auch theoretisch sein Ding direkt sich stören, ne? Ja. Mit deinen Booten gleich. Und das mach ich jetzt. Okay. Ja, ich tu dann meine Orbital halt rein. Ja, ich weiß ja nur halt nicht, ob er mich... ob er mich angreifen will dann. Ich glaub schon. Ne, jetzt noch nicht. Erst wenn das kommt mit dem Angreifen. Naja, ich weiß ja nicht, ob er dann das auf... das ist das besteue ich nicht. Ich weiß ja nicht. Ich glaub, dann kannst du noch gar nicht so angreifen. Ähm, doch, man kann... So was drücken, wo der Keifte... Naja... Geht das hier noch? Ich weiß gar nicht. Ja, das geht noch. Das geht noch. Tu mal den Bau hoch mit dem Eindestrollen. Und du reich in der Mitte. So. Ey, guck mal wo jetzt mein Boot hinschießt. Keine Ahnung. Wo denn? Auf... Achso, auf die Marine werfen? Ja. Wichtigste. Der merkt das, glaub ich, noch gar nicht. Mhm. Ey, der will bei mir und reparieren. Welche Tastung muss ich drücken? Angriff verzwingen, da. Hm. Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ah, da jetzt. Okay. Geht doch nicht, dass er sich bei mir repariert, oder? Nein, seid ihr doof! Geh nicht auf mein Flugfeld. Ich verkauf mein Flugfeld. Ach, das war deins. Oh, ich hab aus Versehen deins eben angegriffen. Entschuldigung. Kein Problem. Orbitalabwurf. Ich hab jetzt... Oh, Halde. Meinst du, kann ich schon draufhauen? Ob das schon was bringt? Ich glaub... Zerstört. So. Dann fang schon mal an. Ey, fang schon mal an den VIP-Booker zu das wollen, wenn du dran kommst. Okay, warte mal. Rot... Ja, warte mal. Ich weiß nicht, ob ich da dran komme. Weil da sind die Einheiten... Die Einheiten davor. Ja. Okay. Wenn nicht, ich hab Eisener Vorhang, du hast Eisener Vorhang. Mhm. Wo schießt der jetzt hin? Hinter dir, ne? Ja. Das ist... Ach, kann er nicht attacken. Jetzt, das kannst du? Wenn nicht, mach Bauhof. Ähm, nö. Auch nicht Bauhof? Bauhof? Jo. Ich geh jetzt mit meinen Twinblades die eine Basis zuerst mal destroyen. Mhm. Der letzte noch werde ich jetzt... Nein, geht auch nicht. Auto, warte mal. Ne, zu weit weg. Ja, dann guck mal, dass du die Boote schon destroyen kannst, weil die Nerven gleich richtig. Jo. Oh, okay. Die haben keine Flugabwehr, außer so diese Dinger da, egal. Die Dinger hier. Ja, Flugabwehr ist ja nicht sehr verwundbar. Wir müssen über Flug kommen da. Ja, hab ich doch diese... Ich flieg von hinten rein, also... Ja. Am besten, wir tun schon positionieren ein paar. Ah ne, hier haben sie... U-Boote sind schon bereit? Ja. Die haben... Doch, die haben einiges an Flugabwehr. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Er hat auch eine Frage in der Tür, ne? Zieh mal deine Hubschrauber zurück. Ich hab das hier alles unter Kontrolle. Ja. Ah, jetzt... Jetzt müssen wir nur noch den destroyen. Ja. Ja. Ah, jetzt kommt sie sehen. Ähm... Erst VIP-Bunker? Die zwei Dinger machen? Oder... Bauhof? Ihr Flug-Bunker. Ich denke erst mal Bauhof. Okay, dann auf Bauhof. Drei, zwei, eins. Hab gemacht. Wieso greifen Sie mich an? Sie wollen kämpfen wirklich? Mit mir? Hab. Ich werde sie vernichten, ist das klar? Jo. Schluss. Ah, schade. Wann meinst du, ich könnte mit meinen Schwimmblades einfach durchschliegen? Weiß ich nicht. Ich versuch's mal, okay? Ah, hier... Hast du Flak? Hier, komm mal, ich hab... Nee, hab ich nicht. Scheiße, ich auch kaum. Ich hab gar keine Lunge genutzt sein. Ich baue gerade erst. So, Rückzug. Der kommt mit Mix, der Pinner. Ja, toll, wenn ich keine Flak hab. Ich baue gerade eine bei dir. Sogar zwei. Einheit verloren. Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte. Seindliche Räten sind wir in der Ecke. Wir haben wieder auf diesen Moment gemacht. Wir sind vor der Einsatzbereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir haben so einen Eroberflug gegeben. Wir haben so einen Eroberflug gegeben. Oh, oh, guck mal was. Hm. Moment, was? Bekämpfen Sie sich jetzt gegenseitig! Die Inhalte wollen uns trotzen. Was sind seine vielen Einheiten? Wow, Rückzug, Rückzug! Ich zieh meine Boote zurück. Hier ist meine Flak. Ich baue mal kurz Flak Geschütze. Ja, hab ich doch schon zwei bei dir. So, wir müssten uns irgendwas einfallen lassen jetzt. Ich baue auch mal ein paar Death Note da. Mhm. Und noch ein paar Twin Blades. Ich baue noch mal so eine Two-Fed. Ne, ich baue noch ein paar Kirovs. Und ein paar Twin Blades. Mhm. Ich kann's uns für eh nicht alles leisten, aber... Das Kred kommt schon irgendwo her. Ja. So. So, da... Jetzt brauche ich keine Bull Fox mehr. Jo, aber der Bauhof ist gleich destroyed. Ja, das ist die Hauptsache, dass wir das weg... Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Hier noch. Ich zerbombe gleich einfach alles. Äh, die Flak erstmal zerbombe. Und dann fliege ich mit meinen Schiffen rein. Jo. Alter, was wir hier für eine... Kleine Festung haben, hä. Ja, das... Die... Die ist gut, ja. Die ist gut. Ach, da kommt noch einer. Aber der ist jetzt leck. Jo, bam! Wie viele... Oh, der ist durch! Der ist durch! Oh, ich habe die falschen Gebäude gebaut. Du hast, ähm, MGs. Aber wer, aber egal. Ist egal. Egal, ich habe hier noch, ähm, Fahrbare. Ich habe die jetzt platziert, da. Ja. Da, ich habe schon Kirchhoff. Und ich habe schon Boot. Ich... Ich gehe schon... Ich habe auch ein... Nein, das ist mein Kirchhoff. Nein. Du hast zwei. Du hast zwei. Ich habe zwei. Ich habe auch, ich habe auch zwei Boote. Aber ich weiß nicht wo hin platzieren wegen... Warte. Den hole ich vom Himmel. Den hole ich vom Himmel. Wen? Das gerade kommt. Achso. Jo. Hält einigermaßen viel aus. Ja. das leuchten am himmel was denn raketen von irgendwo dahinten von der akte gerade da das fährt gerade die v4 rakete ich tue mal das linke zu stören wegen den raffel arena dafür muss ich aber hier posieren ich habe ob ich da wo er kommen ja okay ich habe drauf geknallt das war auch noch nicht ein ich war auf dem bunker kummer sieht auch schon ja kummer sieht auch schon viel ja ich weiß das soll ich jetzt mal riskieren und einfach durchfahren und stelle das wollen ja warte ich tue gerade die noch weg magneten okay ich gebe die rückendeckung leichter ja hinter mir ist so gut wie es geht hinter mir ist so ein ding aber hinter mir ist so ein ding aber da war noch flack da ist noch flack hat er viel gebracht okay das dauert was gut wie sie sind kein soldat er sagt verräter er aber wer wurde getroffen und meine zwei kokos schiffe sind ja jetzt da ja okay das eine das eine wird gerade angegriffen aber das andere kommt gerade egal egal ob ich jetzt ein bisschen leben verliere ich hab mal den turbo aktiviert ich nicht ich lass das ja jetzt mach ich wieder weg hätte nach getroffen ja es ist dauern gut ja ich habe es bekommen ich habe alles Habt ihr eigentlich die leiseste Ahnung, wer zu eurem Team gehört? Gut, okay, zumindest habe ich erstmal eine zweite Basis. Die haben Proton-Collider. Das Ding ist unser Hauptziel erstmal. Okay, das heißt... Wieso hast du jetzt die ganze Basis bekommen von dem? Keine Ahnung. Bist du cool? Ja, weil du Hauptplayer bist, stimmt. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe auch alle Einheiten und so bekommen. Ja, die hätten wir nicht das wollen dürfen. Ja, das habe ich ja so wenig... Also die Verluste habe ich ja versucht zu wenig zu halten, wie möglich. Du nicht, du bist einfach drauf. Wo ist denn der Proton-Collider, weißt du das? Da hinten. Ich fahre mal mit meinen Schiffen hin. Da, das blaue Punkt, der blaue Punkt. Ja, ich fahre schon hin. Warte, warte, warte. Ich habe noch Flak-Unterstützung. Ah ja, okay. An meinen Schiffen. So. Kannst du mir auch noch die U-Boote mitschicken? Die U-Boote sind auch schon unterwegs da hin. Okay, ja, okay. Ja, meine ich ja. Ich fahre auch mal hin mit, ne? Mit meinen 6 U-Schiffen, oder? Guck da, oh, schwere Bombe haben die. Ich habe noch eine zweite Verteidigung, Waffe. Da hinten ist ein Tesla-Spule. Ich zerbomb die mal. Mal mal. Ja. Na gut, wenn ich mal ein Range wäre. Ah, ich habe wieder was. Ey, die tun einfach unterwegs alles zu Bomben. Unsere Leute. Ich kriege schon mal die Basis einfach in Zecken, wie wir es damit... Ja. Oh, oh, die haben... Guck mal, da ist ein Boss. Tanja. Tanja. Na, Tanja, Schneckchen? Junge. Ey, mein Boot ist geschrumpft. Ja, hat das Schrumpfstahl. Ey, aber dafür ist es so schnell. Jo. Ich versuche zu... Alles auf, Tanja. Wow, was macht das? Ah, Tanja ist tot. Jo. So. Wenn ich... Hast du kurz ne Mik? Warte, da hast ne Mik. Du brauchst nichts mehr, du brauchst nicht mehr, komm. Artillerie! Achtung, Achtung! Ja! Ich will nicht auf die Basis testrollen, Mann. Erstmal die Erdbasis. Oh, oh. Ja. Schießt, ey. Schnell! Schnell die Erdbasis testrollen, ey. Ich schicke noch ne Mik los. Alles klar. Da kommen Flugzeugträger gerade übrigens, ne? Dreck mal Flak bauen, auch wenn ich kein Geld hab. Verteidigung, Flak. Okay. Mein Endschiff ist tot. Ich hab keine Flak da hinten. Halt! Ich kann das Ding wegziehen. Ey, da oben sind welche dran. Die Bomber zieh ich weg, Alter. Zack. Und das andere... Oh, schade. Wo ist der denn, der Hässlinge da? Ey, ich tu noch zwei sekundäre, ähm, Posten einrichten, ne? Wegen Geld. Achtung, da ist ein Bomber, äh, ein Flugzeugträger. Der ist schon weg. Fuck, jetzt hab ich da meinen Orbital-Hinwurf reingehauen. Fuck. Egal. Da hinten komm ich nicht mehr hin. Doch, von der anderen Seite. Aber da muss ich ne Runde fahren, dann bin ich tot. Okay. Ich baue einfach Verkückel. Habe ich schon ein paar Kürkücksschiffe? Jo. Kann sein. Und ein paar Tinblades. Ich baue kurz die Tinblades und dann noch, äh, die Mix. Und dann hab ich erstmal... Fliege ich erstmal hin, okay? Jo. Ich hab schon wieder eine Tanja. Ah nein, keine MBFs bauen. Die kleinen Vorposten. Oh, ich wollte schon wieder MBF bauen. Wisst du, wie ich sehne mal. Hast du die Collider schon zerbommen? Ja. Gut. Ich sag, das ist unser Hauptziel. Deswegen hab ich's da gemacht. Jo. Ja, die Basis ist ja schon halb zerstört. Die haben ja keine Flugeinheiten mehr. Da, so wie's aussieht. Ich sammle mal meine Truppen, die gleich angreifen werden. Ja. Fünf, äh, boh... Ja, komm, ich steck jetzt schon mal los. Alles klar. Wir sind fünf, äh, fünf, äh, Kürkows. Ich hab's... Mhm. Ey, weißt du was? Ich baue jetzt auch so ein kleinen Flugfeld da hinten hin. Ja. Reicht jetzt. Wow, andere Route, andere Route, äh, andere Route. Äh, da nicht. Ja, tu mal das da oben und zu stören. Da mach ich mein Späten aus dem Posten. Wenn du kannst. Jo, ich bin dabei, Mann. Boah, wie fliegt denn viele, Mann. Okay, ich flieg meine Außenposten rein. Ja. Ist sicher. Außer dahin ist die Flüge. Nein, da ist doch so eine Abwitterung. Kannst du den noch zerbauen, Mutter? Ja, meine Schiffe kommen ja durch, durch... wegen deinen, die blocken. Meine? Oh, sorry, warte. Nein! Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Wird gebaut. So, jetzt. Wird gebaut. Ungeeigneter Bauplatz. Oh. Fail. Wird gebaut. Ich bin unterwegs. Ja, die fünf Boote, die richten unheimlichen Schaden an. Ja, aber wenn einer schon so viel Schaden anrichtet. Oh, hier oben muss ich viel Flak machen. Du brauchst keine Flak mehr, Jung. Bring mir ein Boote durchsinn. Boos, kein Flak mehr. Ich bau trotzdem. Ja. Weil oben der Außenposten, der bringt Geld. Okay. Der erste Außenposten, der zweite nicht. Also der zweite wird auch Geld bringen, aber nicht so viel. Sag mal, jetzt fahrt ihr scheiß Boote. Ach, zu Stoß grad, okay. Ja, auch wenn... Einen Boote hab ich verloren, aber... Ne, doch nicht mal, doch nicht mal. Wenn du Flugunterstützung brauchst, jetzt kann ich dir welche anbieten. Ja, schick mal was. Warte. Ein Templates, wenn cool. Templates. Ja. Ach nee, das ist ja mit. Ja, weil, weil die haben noch keine Flugzeuge mehr. Ja, warte, ich bau gerade welche. Ja, ja, jetzt eh zu mir. Okay, doch, ich kann auch Mix, glaub ich, gebrauchen. Ja, nee. Zum Arenewerft, schnell fahren. Segen fahren. Ja, ich bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Supermagnetischer Appellate bereit. Ja. Gute Arbeit, Kommandant. Oh, hast schon. Glückwunsch, Sie haben ihn eliminiert, diesen feigen Verräter, General Krukow. Es ist in der Tat gut zu wissen, dass auf Sie Verlass ist. Haha. Scheiße, scheiße. Das hat jetzt gedauert, immer, dass wir ihn gekriegt haben. Ja, aber... Ja, das war's dann für diese Aufnahmen, oder? Ejo. Alter, das war jetzt Hammer. So. Okay, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.